Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart, aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart, aber fair. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Danke für den freundlichen Empfang hier. Was? Was gehört zu Deutschland? Die Muslime ja, der Islam nicht, sagt Horst Seehofer, Innen- und Heimatminister dieses Landes. Er weist damit drei Viertel der Deutschen hinter sich und die Kanzlerin gegen sich. Aber das sollen die beiden mal auf ihrer morgen beginnenden Regierungsklausur klären. Uns interessiert heute, wie steht es ganz praktisch um das Verhältnis von Deutschen und Migranten. Wie zum Beispiel wird mein türkischer Gemüsehändler, mit dem man übrigens primär über die Feinheiten der deutschen Sprache diskutieren kann, wie wird der Mann reagieren, wenn ihm ein Kunde erklärt, du bist einer von uns, klare Sache, aber deine Religion, die kannst du in der Türkei lassen. Mag sein, dass die Debatte nervt, aber sie trifft auch einen Nerv. Wir reden eben nicht nur über den bestens integrierten Gemüsehändler im wohligbürgerlichen Viertel. Wir reden auch über Parallelgesellschaften in städtischen Brennpunkten. Und ganz genau hier über die Frage, können Muslime bei uns streng nach dem Koran leben, aber sich gleichzeitig nach dem Grundgesetz richten? Unser Thema, Islam ausgrenzen, Muslime integrieren, kann das funktionieren? Welcher Debattenbeitrag hilft, welcher spaltet, das sind unsere Gäste. Enissa Armani, die Schauspielerin und Comedian kritisiert, Millionen Muslime in Deutschland werden durch Seehofers Satz ausgegrenzt. So eine Aussage spaltet. Horst Seehofer sollte der Innenminister aller Deutschen sein. Joachim Herrmann, der bayerische CSU-Innenminister entgegnet, Wir bleiben dabei. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die hier lebenden Muslime selbstverständlich schon. Wir erwarten, dass jeder, der in unser Land kommt, unsere christliche Tradition achtet und unser Grundgesetz. Doa Zetun, die islamische Theologin und Gründerin eines muslimischen Jugendvereins, ist empört. Sollen wir jetzt unsere Religion an der Grenze abgeben? Wir Muslime sind auch Deutsche. Gläubig zu sein und das Grundgesetz zu achten, das ist kein Widerspruch. Hamid Abdel-Samad, der Politologe sagt, für viele ist das kein Widerspruch, aber es gibt auch viele Muslime, die in Parallelgesellschaften leben und auf die Deutschen herabschauen. Und denen gegenüber muss der Staat endlich seine falsch verstandene Toleranz aufgeben. Cem Özdemir, der grüne Bundestagsabgeordnete sagt, richtig, Härte, wo sie nötig ist. Daneben muss die Gesellschaft den Einwanderern aber auch vermitteln, du gehörst zu uns. Es ist nicht wichtig, wo du herkommst. Wichtig ist, wohin du willst. Das Rezept, das funktioniert immer. Wenn man Deutschland und Islam in einem Satz unterbringt, ist einem die öffentliche Aufmerksamkeit sicher. Jüngstes Beispiel eben Horst Seehofer. Immer mehr Muslime suchen in Deutschland eine neue Heimat. Gehört der Islam zu Deutschland? Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. Dazu gehören der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Frau Zeitung, Sie sind gläubige Muslima, sind in Aachen geboren. Ihre drei Kinder sind auch in Deutschland geboren. Wie klingt dieser Satz in Ihren Ohren? Naja, ich denke mal, dieser Satz geht an der Realität vorbei. Wir haben jetzt in Deutschland ca. 4,5 Millionen Muslime. Und der Islam ist ein Bestandteil, der zu ihrer Persönlichkeit dazugehört. Das ist eine Facette von vielen. Man meint immer, dass die Muslime sich nur mit dem Glauben auseinandersetzen und nichts anderes tun. Aber letztendlich gehört diese Facette zu einem muslimischen Bürger dazu, zu einem deutsch-muslimischen Bürger dazu. Und da kann man einfach sagen, dass die Religion natürlich auch zu Deutschland gehört. Ich persönlich sage immer wieder, wenn ich gefragt werde, das ist auch immer ganz nett, ja, wo kommen Sie denn her? Das ist sehr, sehr oft, wo ich diese Frage gestellt bekomme. Und ich sage, naja, aus Aachen. Nee, nee, wo kommen Sie denn wirklich her? Was ist falsch an dieser Frage? Weil der Öscher an sich trägt jetzt nicht unbedingt Kopf. Das Problem ist, dass das Äußere darauf reduziert wird, zu sagen, nee, das passt eigentlich nicht ins Deutschsein. Das kann gar nicht sein. Naja, das überhört man dann mit Aachen. Ist eigentlich uninteressant. Wir wollen ein anderes Land hören. Und das ist einfach ein Problem. Und da bleibe ich aber auch wirklich klar und sage, immer noch aus Aachen. Und wenn dann jemand hartnäckig ist, dann sage ich, ach, Sie wollen wissen, wo meine Eltern herkommen. Ja, die kommen aus Syrien. Und dann ist man erleichtert. Ach, jetzt haben wir das. Und das lasse ich mir einfach nicht nehmen. Ich sage immer wieder, ich bin deutsche Muslimer. Und ich bin auch stolz darauf, deutsch zu sein. Sie arbeiten in einem katholischen Bildungswerk, arbeiten viele mit Muslimen, auch mit Flüchtlingen. Wie reagieren die? Sie haben ja jetzt die Diskussion auch schon ein paar Tage, ein paar Wochen verfolgt. So ganz neu ist die ja auch nicht. Wie reagieren die, wenn Sie einen solchen Satz hören, wie in Seehofer gesagt hat? Also ich arbeite jetzt halt mit Jugendlichen vor allem. Ich habe vor fünf Jahren einen Verein gegründet mit einer Gruppe von jungen Muslimen. Und ja, ich halte mich halt auch sehr intensiv in der Lebenswelt der Jugendlichen auf und bekomme natürlich viel ihre Sorge mit. Vielleicht zu diesem Thema. Ich hatte vor zwei Jahren eine 15-Jährige, ich komme aus der Praxis, deswegen würde ich immer gerne Beispiele geben. Ich bin hier heute kein Wissenschaftler. Eine 15-Jährige aus dem Libanon, die mir gesagt hat, ich möchte, du, ich möchte gerne mit dir alleine sprechen. Und ich habe gesagt, ja, bitte. Sagt sie, kann ich Deutsche sein? Sie ist in Deutschland geboren, das auch nochmal am Rande bemerkt. Ich sage, wieso kannst du es nicht? Naja, ich trage das Kopftuch. Und irgendwie passt das ja nicht. Dann habe ich gesagt, so, was meinst du, fühlst du dich im Libanon heimisch? Ist das für dich deine Heimat? Sie überlegte, nein, eigentlich nicht. Ich bin glücklich in Osnabrück zu sein und ich bin gerne dort im Urlaub, aber ich bin hier in Deutschland zu Hause. Und ich kann mir kein anderes Land vorstellen. Und dann habe ich ihr gesagt, dann darfst du auch ganz selbstbewusst sagen, ja, ich bin Deutsche, wenn du gefragt wirst. Aber das Kopftuch, also es war immer für sie immer wieder ein Hindernis. Und sie hat sich dabei schwergegeben, also wirklich schwergegeben, um das wirklich für sich dann so zu nehmen. Also sie möchte gerne Deutsch sein. Aber sie hat das Gefühl, naja, die... Frau Zettung, ist es in ihrer Gedankenwelt da möglich zu sagen, dann legst du halt ab das Kopftuch, wenn es dich stört? Das möchte sie ja nicht. Wenn sie das möchte, natürlich. Also ich, meine Mädchen, wenn sie mich fragen, wie sieht das aus mit dem Kopftuch? Ich hatte schon mal eine, die gesagt hat, naja, was ist denn, wenn ich mein Kopftuch ablegen möchte? Da habe ich gesagt, dann legst du es ab. Du bist hier in Deutschland. Du hast die Freiheit, dich für oder gegen das Kopftuch zu entscheiden. Und diese Freiheit darf ja auch keiner nehmen, weder Vater noch der Nachbar nehmen an, noch irgendjemand hier. Herr Hammann, Sie sind ja nicht nur Innenminister in Bayern, sondern seit Neuestem auch Integrationsminister. Welchen Beitrag zur Integration von Muslimen leistet Horst Seehofer, wenn er einen solchen Satz sagt, Islam gehört nicht zu Deutschland, Muslime ja? Die Frage ist doch, was soll uns der Satz, der Islam gehört zu Deutschland sagen? Ich kann damit nichts anfangen. Es geht darum, was macht Deutschland aus von der Geschichte, von der Tradition her? Wir haben in Deutschland, wir haben in Europa eine Rechtstradition. Wir haben heute Grundwerte, Grundfreiheiten. Wir haben eine Demokratie, einen Rechtsstaat, der auf den Traditionen des alten Athen, des alten Rom, des Judentum, des Christentum, des Humanismus, der Aufklärung fußte. Zu all dem, so wie sich Deutschland, so wie sich Europa heute Anfang des 21. Jahrhunderts darstellt, hat der Islam praktisch überhaupt keinen Beitrag geleistet. Was soll dann also dieser Satz, der Islam gehört zu Deutschland? Wie gesagt, Horst Seehofer hat ausdrücklich erklärt, Muslime, es gibt viele Muslime in unserem Land, die gehören zu Deutschland. Aber was soll der Satz, der Islam gehört zu Deutschland? Der bringt uns überhaupt nicht weiter, sondern der vernebelt eher die Situation, wie sehen wir unser Selbstverständnis? Und wir sagen klar, ja, wir stehen zu der Tradition unseres Landes. Wir wollen auch nicht, dass sich Deutschland verändert. Wir freuen uns, dass Deutschland genau heute so ist, wie es ist. Und in dieses Land muss integriert werden. In der Tat, Integration ist eminent wichtig für die betroffenen Menschen, aber auch für unser Land. Aber integriert wird in unsere Rechts- und Gesellschaftsordnung, nicht in eine andere. Frau Manni, Sie haben da Aufmerksamkeit. Frau Gott sei Dank, sprechen Sie mich an. Ja, Sie wippen so. Ich wippe, weil ich unfassbar... Warum eigentlich? Natürlich, weil es mich sehr, sehr traurig macht, was ich gerade zu meiner Rechten vernommen habe. Zum einen finde ich das ganz umgekehrt. Es vernebelt, wenn man mit solchen Begrifflichkeiten spielt. Es vernebelt, wenn man solche Aussagen trifft, wie wenn man sagt, die Muslime ja, der Islam nein. Ich würde mich im Übrigen auch genauso stark machen und einsetzen, wenn in einem anderen Land, wo auch Christen leben, selbst wenn es mehrheitlich muslimisch ist, wenn man dann sagen würde, die Christen ja, das Christentum nein, wäre ich genauso sauer. Erstens mal finde ich... Sind Sie auch sauer, weil Sie selbst gläubige Muslime... Lassen Sie mich einmal ausreden, Sie haben gerade gesprochen, ich bin gerade dran. Es wäre sehr, sehr lieb, wenn Sie mich einmal kurz aussprechen würden. Sie halten es nervlich, aber alle aus... Natürlich, Sie darf sich sehr gerne mit mir austauschen. Ich möchte nur einmal das noch zu Ende sagen dürfen. Zum einen, ich finde diese Begrifflichkeiten, so mit denen zu spielen, vernebelt die Situation, schafft Vorurteile und setzt den Fokus falsch. Weil der Fokus ist im Moment... Natürlich gibt es Negativbeispiele, die ist überall gibt. Ich spiele seit anderthalb Jahren auf Englisch, bin sehr viel in Amerika, was ich da an christlichen Bewegungen sehe, wie Aryan Nations, Aryan Deez, puristische Bewegungen, wo christliche kleine Mädchen mit dem Vater nur formell verheiratet werden. Was völliger Quatsch ist, was wir Gott sei Dank hier in Deutschland nicht haben in solchen Bewegungen. Und dann würde ich auch niemals die Aussage treffen, dass das jetzt generalisierend für das Christentum spricht. Nein, tut es nicht. Und ich liebe das Christentum und ich liebe genauso auch den Islam und die jüdische Kultur. Und ich bin sehr traurig, wenn ausgerechnet jemand von der CSMU, der den Begriff Christ auch mit in seinem Parteinamen trägt, wo es um Nächstenliebe geht, wo es darum geht anzuerkennen, dass wir alle eins sind, dann solche Spaltungen für solche Differenzierungen sein, erwarte ich von einem Christen gerade mehr. Wir garantieren die Religionsfreiheit und jeder Muslim kann seine Religion in unserem Land im Einklang mit unserer Verfassung leben. Zeigen Sie mir ein einziges überwiegend islamisch geprägtes Land, das die Religionsfreiheit so garantiert wie die Bundesrepublik Deutschland. Indonesien, 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 Sie haben mich gerade in Frage, dann antwortet. Ja, in der ganzen arabischen Welt kein einziges. Moment, Sie haben eine Frage gestellt, mein lieber Herr Hammann, dann darf ich darauf auch antworten. Ist ja auch richtig. Indonesien, eines der größten muslimischen Länder der Welt, wo es auch verschiedene weibliche Frauen, weibliche Damen als Ministerinnen gab oder auch als Staatsoberhäupter gab, wo die sehr friedlich miteinander leben. Man kann natürlich immer die Negativbeispiele rauspacken, die radikalen Staaten, wie Saudi-Arabien, wie auch das Land, aus dem meine Eltern stammen, Iran, wo wir auch strikt dagegen sind. Und deswegen bin ich sehr stolz, in diesem wunderbaren neuen Deutschland zu sein. Und dass wir endlich mal den Fokus vielleicht auf die positiven Sachen, ich bin auch Deutschland, wenn ich im Ausland Comedy spiele seit eineinhalb Jahren, sind die Leute, wissen Sie, wie die mich nennen? The German Girl. Ich bin so stolz. Keiner sagt The German Iranian Girl, sondern ich bin das German Girl, was in Hollywood Comedy spielen darf. Das stellt niemand in Frage. Ja, aber Sie verwechseln zwei Sachen. Natürlich, unsere Religionsfreiheit, Gott sei Dank haben wir diese wunderbare Verfassung. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt, was ich auch sehr interessant fand, in dem, was Sie gerade sagten, Sie sagten, unser Land wäre christlich-jüdisch geprägt. Ich finde das immer sehr, sehr interessant, wie dann auf einmal auf eine gewisse Argumentation zurückgegriffen wird oder etwas rangezogen wird für eine Argumentation, wo wir, wenn wir mal auf unsere Vergangenheit schauen, und ich möchte nicht immer nur über diese jüngste Vergangenheit, die sehr grauenhaft war und die wir Gott sei Dank hinter uns haben, aber selbst wenn Sie noch weiter zurückschauen, ob es zu den Kreuzzügen war und Christen, Juden abgeschlachtet haben, um Geld zu haben, um dann in Jerusalem einzumarschieren, ob es in der Zeit zu der Pest war im Mittelalter. Da wissen wir heute alle, dass das falsch war. Wir wissen es besser. Und jetzt zeigen wir mit dem Finger und stigmatisieren eine andere Religion und schaffen damit diese Aussage. Es ist völlig unnötig, wenn Sie so toll sind, was Sie gerade waren, und dann sagen, ja, wir haben Religionsfreiheit. Dann verstehe ich diesen Zusatz nicht, noch mal diese Spaltung zu schaffen und zu sagen, Frau Manni, ich glaube, wir haben den Punkt verstanden und die geschichtliche Rückbetrachtung ist vielleicht nicht ganz so hilfreich, um nach vorne zu schauen, aber sie ist auch jetzt einmal zu Protokoll. Ich habe darauf geantwortet. Ist das nicht schön, in einer Live-Sendung kann man sagen, was man will und es wird gesendet und wir können gucken, dass wir auch weiterkommen in der Diskussion. Da möchte ich jetzt gerne Herrn Abdel-Samad mit einbeziehen. Wir checken jetzt auch mal so ein bisschen gerade, wer welchen Hintergrund hat. Sind Sie eigentlich gläubige Muslime, um das noch zu fragen? Nein, ich bin nicht religiös. Ich glaube sehr, sehr stark an Gott, aber ich bin keine Religion. Ich lese, ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Synagoge, ich gehe sehr gerne in den, ich sage mal, ich feiere alle Feste, sehr gerne Weihnachten, weil es da Geschenke gibt. Ich feiere alles, aber ich habe Respekt vor jeder Religion und ich verteidige jede Religion, die auf diese Art stigmatisiert wird. Egal ob es ein Christ, ein Jude oder ein Muslim ist. Man merkt, dass Ihre Heimat Köln ist, denn da wird jede Gelegenheit zum Feiern genutzt. Herr Abdel-Samad, Sie sind der Sohn eines Imams und haben sich, wie man ja weiß, sehr kritisch mit Ihrer Religion auseinandergesetzt. Wie würden Sie die Frage beantworten, gehört der Islam zu Deutschland? Diese holzschildartige Frage, die Seehofer in seiner Art beantwortet hat. Es kommt darauf an, was wir wollen. Wollen wir eine Wunschrealität schaffen, dann wollen wir natürlich, dass Muslime mit ihrer Religion zu Deutschland gehören und dass wir alle uns gegenseitig umarmen. Wollen wir aber die Realität schauen und einen Faktencheck machen, dann stellen wir leider fest, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, noch nicht. Erstens, zum Dazugehören gehören ja zwei, die Deutschen, die aufnehmen und die Muslime, die mit ihrer Religion integriert werden wollen. Wollen die Deutschen das? Die Umfrage sagt, drei Viertel aller Deutschen lehnen diese Aussage ab, dass der Islam zu Deutschland gehört. Was machen wir mit diesen Leuten? Sollen wir, dass der Islam dazu gehört, ohne dass diese Menschen den Islam aufnehmen? Wollen wir, dass alle diese 75, 76 Prozent, alles rechtsradikale, Islamophobe abgestempelt werden? Dann ist es nicht der Sache dienlich. Und dann kommen wir zu Muslimen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nicht alle Muslime gehören zu Deutschland, auch noch nicht. Salafisten gehören nicht zu Deutschland. Die 1.500 Gefährder gehören nicht zu Deutschland. Menschen, die hier in der Freiheit sozialisiert sind, aber einem System in der Türkei zu jubeln, der gerade Oppositionelle unterdrückt. Kurden im eigenen Land und in Syrien bekämpft und die Reislamisierung in der Türkei voranschreitet, gehören nicht zu Deutschland, noch nicht. Schauen wir uns um. Welche Moschee in Deutschland gehört zu Deutschland? Wie viele deutsche Moscheen haben wir? Wie viele Moscheen haben wir, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes? Wie viele radikale Menschen gehen nach Syrien und kämpfen dort? Nein, der Islam gehört noch nicht zu Deutschland. Und es gibt auch, ehrlich gesagt, die Vergangenheit hin und her, Indonesien, Indonesien, das ist auch, ist auf dem, eigentlich, es wird auch dort reislamisiert. Es gibt mittlerweile Teile in Indonesien, wo die Scharia eingeführt wird. Wie es überall auf der Welt Radikalität zu finden gibt, in fast jeder Religion. Es gibt auch ein paar Menschen, die abgeschlachtet werden oder ausgepeitscht werden, weil sie Sex außerhalb der Ehe gehabt haben. Es gibt das in Indonesien. Nein, aber es gibt zum Beispiel hier in Norden in Sizilien. Frau Mani, Frau Mani, Frau Mani. Jetzt darf ich auch meine Gedanken zu Ende führen. Ja, aber Sie haben einen falschen Gedanken ausgeführt. Ach, wissen Sie, das überlassen wir mal den Zuschauern. Was ich hier die ganze Zeit vernommen habe, jammern auf hohem Niveau. Ich jammer überhaupt nicht, ich liebe Deutschland. Es war hier jemand, der nicht an die Lösung der Probleme irgendwie interessiert ist, sondern einfach so zippenhaft eine Gruppe in Schutz nimmt, ohne zu sehen, was die Probleme sind. Nein, wir haben ernsthafte Probleme in Deutschland und wir müssen das auch ehrlich ansprechen. Und es soll ja eine Chance für uns sein, wenn so ein Satz fällt, dann trifft dieser Satz einen Nerv. Das bedeutet, beide sind betroffen. Ich kann auch etwas Positives darin sehen, wenn die Spiele sauer sind, dann wollen sie dazu gehören. Aber es wollen auch dazu gehören, Islamverbände und politischer Islam, um an Fördergelder zu kommen, wenn der Islam... Das will ich jetzt nicht abwürgen, aber es ist eine ganz neue Diskussion, was die Verbände machen. Ich versuche es ein bisschen zu portionieren. Hörst du mir, wir hören da, dass die Debatte einen Nerv trifft, dass sie nicht neu ist, wissen wir alle. Finden Sie das auch gut, dass diese Debatte jetzt noch mal aufbandet? Oder sagen Sie, was haben wir mit dem Wahlkampf in Bayern zu tun? Es ist ein Wiedergänger, die Debatte. Und wir merken ja gerade in der Debatte, dass es schwierig ist, nicht holzschnittsartig über das Thema zu diskutieren. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie hätte Rost Seehofer formulieren müssen, damit ich es hätte unterschreiben können. Weil da stehen ja auch manche richtige Dinge in dem, was er gesagt hat. Wenn er gesagt hätte, der Salafismus, der Islamismus, gehört nicht zu Deutschland, hätte ich es unterschrieben. Weil unter dem leiden wir, glaube ich, alle hier und bekämpfen den hart und wollen, dass der nirgendwo, nicht nur in Deutschland, sondern der sollte auf dem Planeten keine Chance haben. Das ist mal das Erste. Also, ich glaube, Präzision hilft da ein bisschen weiter. Nicht holzschnittsartig argumentieren. Es gibt die Muslime, das sehen wir hier, genauso wenig, wie es die Christen, wie es die Juden gibt. Das ist das Erste. Das Zweite, Herr Herrmann hat recht, wenn er sagt, dass die Mehrheit der muslimischen Länder leider gerade mit autoritären, korrupten Staaten gelenkt wird. Die Führer sind überwiegend Leute, die schlimme Dinge zu verantworten haben gegen ihre Bevölkerung. Umso mehr verstehe ich es nicht, dass wir Waffen dahin liefern. Ich würde das stoppen, Herr Herrmann. Es ist nicht meine Regierung, die Waffen nach Saudi-Arabien liefert. Es ist nicht meine Regierung, die Deals macht mit Ankara. Wenn ich regiert hätte, das wissen Sie, wir haben ja verhandelt zusammen, hätte ich eine andere Politik durchgesetzt, eine härtere Politik gegen islamistische Staaten. Bevor jetzt Jamaika-Trauer aufzieht, möchte ich... Das hat nichts mit Trauer zu tun. Doch. Das hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Verstehen Sie, man kann nicht sagen, Islam gehört nicht zu Deutschland, ich hätte mich gefreut, einen Außenminister zu haben mit Migrationshintergrund. Wenn das die Debatte über Jamaika stoppt, dann will ich das hier nochmal anbringen. Ich bin fast fertig. Ein Satz mit der Geschichte. Da haben Sie ja auch recht. Natürlich ist unser Land vor allem islamisch-christlich geprägt und jüdisch geprägt. Das sagt man übrigens auch erst seit Jüngstem. Das haben wir ja eine Zeit lang nicht gesagt. Gut, dass wir das jetzt alle mittlerweile sagen. Aber der sicherlich auch von Ihnen geschätzte Aristoteles, den kennen wir heute auch, weil die Araber die alten Griechen übersetzt haben. Also auch das gehört ja zu Europa dazu. Und wenn Sie im Geschichtsunterricht, so wie ich auch, den Unterricht so geliebt haben und großartige Lehrer hatten, dann wissen Sie, die Reconquista in Spanien, als die Christen Spanien in Anführungszeichen befreit haben. Das Erste, was sie gemacht haben, war, die Juden zu vertreiben. Wer hat sie aufgenommen? Der damalige Sultan Beazid II. Mit dem Argument, wie dumm sind die Christen, ihre besten Leute schicken sie weg. Das eigentlich Tragische ist ja, dass der heutige Islam und diejenigen, die heute im Islam Verantwortung haben, mit dem Islam von damals nichts mehr zu tun haben, rückständig sich entwickeln, ins Mittelalter. Also müssen wir doch hergehen und die im Islam, die nicht hier in den Talkshows sitzen, sondern die mit ihrem Leben bezahlen für eine Modernisierungsposition, die müssen wir dringend unterstützen, weil die brauchen wir. Nichts. Lassen Sie uns mal auf die Zahlen schauen. Wir haben ja auch immer, die Frage, Debatte trifft einen Nerv, aber ist jeder Debattenbeitrag auch hilfreich? Lassen Sie uns erst mal auf die Zahlen kommen. Sie haben sie ja schon angesprochen. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass Horst Seehofer eine Minderheitenmeinung vertritt in Deutschland. Das kann man nicht sagen. Schauen Sie sich mal an, wie deutlich die Haltung der Deutschen ist. Komm her. Jetzt. Wie stehen Sie zu der Aussage von Innenminister Seehofer, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, sondern nur die hier lebenden Muslime? Diese Frage stellte ein Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der Welt. Das Ergebnis? 61% der Deutschen stimmen Seehofer vollkommen zu. 15% stimmen ihm eher zu. Zusammengenommen also 76%. Die CSU nahm diese Zahl auf und veröffentlichte sie noch am selben Tag auf der Facebook-Seite der Partei. Die Überschrift der Grafik, für Mehrheit der Deutschen gehört der Islam nicht zu Deutschland. Und das Foto dazu sah so aus. Herr Hammer, bevor wir über die Zahlen reden, meine Frage, für wie klug halten Sie den Menschen in Ihrer Partei oder in Ihrer Agentur, wer auch immer es war, der ein solches Umfrageergebnis mit einer Burka bebildert? Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Und natürlich ist die Burka nicht typisch für den Islam. Aber das Entscheidende ist auch trotzdem, dass 75%... Nein, Herr Herrmann, einfach nur mal die Frage. Wir reden ja darüber, welcher Debattenbeitrag ist sinnvoll. Also Wahrheiten auszusprechen ist etwas Wichtiges, glaube ich, dass man auch nicht sagen kann, es gibt Schweigespiralen. Es gibt diese Zahl. Also erst mal ein sinnvoller Beitrag. Aber wer hat was getrunken, um das mit diesem Burka-Bild zu bebildern? Was fällt einem Politiker einfach so schwer zu sagen, ja, überall gibt es Leute, die machen meinen Fehler. Warum kann man so etwas nicht sagen? Gibt es in meiner Redaktion, gibt es bei mir, gibt es in dieser Runde? Ja, ist ja okay. Aber es ändert auch nichts an der richtigen Botschaft. Ich habe das so gar nicht gesehen. Wie finden Sie es denn? Wie finden Sie es denn? Ja, ich habe klar gesagt, die Burka ist nicht typisch für den Islam, auch nicht in unserem Land. Wir haben aber auch eine klare Position, dass Gesichtsverschleierung erst rechtlich hier zu unserem Land gehört. Da sind wir uns auch einig. Aber um nochmal klar zu sagen, das Entscheidende ist doch im Anschluss an das, was Herr Zimmer gerade gesagt hat. Ja, natürlich sind auch im Namen des Christentums fürchterliche Verbrechen begangen worden, zum Beispiel im Mittelalter und Hexenverbrechen und sonst was alles. Aber das Entscheidende ist doch, wir sind heute im 21. Jahrhundert in diesem Europa, Europa, das ist die Gemeinsamkeit Europas, der Menschenrechte, der Freiheiten, der Demokratie und so weiter. Und das wollen wir nicht wieder in Frage stellen lassen. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass es Muslime gibt, die mit Begeisterung für diese Grundrechte eintreten. Aber wir stellen eben leider fest, der Islam insgesamt ist eben leider weltweit im Moment nicht die Bewegung, die gerade Grundfreiheiten der Menschen, die Glaubensfreiheit, die individuelle Freiheiten propagieren würde, sondern leider, wie wir an den meisten Staaten sehen, ganz im Gegenteil. Und deshalb sage ich nur, die Behauptung der Islam heute, so wie er sich im Moment darstellt, gehört zu Deutschland, die ist einfach nicht zielführend. Wir bekennen uns zu unseren Grundfreien, zu unserem Land, so wie es heute dasteht. Und in dieses Rechtssystem, in diese Grundfreiheit, in dieses Verständnis einer Demokratie, in das wollen wir Menschen, die auf Dauer bei uns leben, integrieren. Und das ist das Entscheidende. Das dürfen sie mit ihrer Religion, sie dürfen begeisterte Muslime sein. Aber bitte im Einklang mit unserer Verfassung, so wie ich das übrigens auch von jedem Christen, von jedem Buddhisten, von jedem, auch Atheisten erwarte, unsere Verfassung, unsere Rechtsordnung, die ist bindend für alle. Und in die wollen wir integrieren. Sonst kann das Zusammenleben auf Dauer nicht funktionieren. Das ist die entscheidende Frage. Frau Zeitung, wir haben jetzt von mehreren Menschen in der Runde hier gehört, dass der Islam in vielen Ländern halt eben kein leuchtendes Beispiel ist für Toleranz, für Offenheit, für Gleichberechtigung von Mann und Frau. Eine Entwicklung, die sich schwerlich bestreiten lässt. Macht das Ihre Argumentation, wenn Sie mit Jugendlichen reden, schwerer, dass es schon mal leichter war, für den Islam Verständnis zu wecken? Ich meine, man muss ja auch noch mal dazu sagen, wir haben jetzt Jugendliche aus der, oder muslimische Jugendliche aus der zweiten, dritten, vierten Generation. Und die sind hier sozialisiert, die sind hier geboren und aufgewachsen. Und da frage ich mich, wie man denen sagen will, ihr müsst euch hier integrieren. Wo? In einem Land, wo sie ja eigentlich geboren und aufgewachsen sind? Man muss natürlich ganz klar differenzieren. Die erste Generationen kommen natürlich mit einem festen Kulturbild hier nach Deutschland. Ist auch vielleicht auch ein bisschen festgesessen. Keine Frage. Aber die zweite und die dritte Generation, da versetzt sich dieses Kulturbild. Und ich muss auch noch mal dazu sagen, vielleicht noch mal als Ergänzung, auch ich als Muslima bin von der christlichen Kultur geprägt. Dadurch, dass ich hier lebe. Wie äußert sich das? Wie das hier heute, also durch die Prägung. Also das ist einfach, ja, wir leben in einem christlich geprägten Land. Und ich glaube, dass jeder Moslem sich das bewusst ist, dass wir hier als Minderheit hier leben. Jeder? Ich hoffe, dass es jeder ist. Gut, es gibt dann noch vielleicht einige, die das vielleicht anders sehen. Aber das ist Gott sei Dank, denke ich mal, auch eine Minderheit. Aber wir leben hier als Minderheit und wir wollen einfach nur als Minderheit, als Bestandteil dieser Gesellschaft sein. Und diese Jugendlichen, die natürlich jetzt hier sozialisiert sind, für sie ist es eine Herausforderung. Und auch immer wieder erschreckend zu sehen, warum muss ich mich hier integrieren? Ich bin Deutscher. Und da, ja, und da bin ich halt... Also für die Integration gibt es aus Ihrer Sicht keinen Bedarf? Es gibt natürlich, natürlich muss man immer daran arbeiten. Deswegen bin ich auch, arbeite ich in der Jugendarbeit. Ich begleite die Jugendlichen in ihrem Alltag. Ich bekomme sehr viele Probleme mit, sehr viele Sorge. Ich bekomme nachts Telefonate von Jugendlichen, die sich erst mal ausheulen. Ich versuche zu vermitteln, zwischen auch vielleicht Jugendlichen und auch ihren Eltern. Es gibt ganz viele Beispiele. Und da kann man natürlich ansetzen, indem man sie begleitet, indem man auch für Aufklärung sorgt. Ich sage nicht, dass wir Muslime jetzt ja oben an der Spitze angekommen sind. Natürlich müssen wir noch auch, wir als Muslime auch an uns arbeiten, auch zu schauen, wie wir uns dann weiterentwickeln können als Teil der Gesellschaft. Aber nicht nur die Muslime, sondern eigentlich ist Aufklärung bedacht für letztendlich für die Gesamtgesellschaft, damit man auch aufeinander zukommen kann und damit man auch mit dieser Vielfalt dann auch gemeinsam ein Bundesdeutschland gestalten kann. Man muss ja nicht unbedingt immer an die Weisheit der vielen glauben, aber wenn 76 Prozent im Wesentlichen diesem Satz zustimmen, ich lasse mich gerne von Ihnen unterbrechen, Frau Amann. Diese Statistik, da macht mich ein bisschen traurig, insofern, dass ich glaube, dass da tatsächlich eine Demagogie stattfindet. So wie im Moment in der Presse und in den Medien, wenn man so will, seit 9-11, das sind jetzt auch schon 17 Jahre, gehetzt wird Islam, 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 Islam. Es ist ganz verständlich, dass es sehr viele Menschen gibt, die dann besorgt sind und die dann sagen, oh Moment, der Islam gehört nicht. Schauen Sie sich an, wie die Medien berichten. Wir haben eben kurz vor dieser Sendung die Tagesschau sehen dürfen. Gestern dieser super traurige Vorfall in Münster. Und was wird direkt gesagt? Es wurde dreimal in diesem kleinen Beitrag gewohnt, betont, psychisch gestörter Mensch, psychisch gestörter Mensch. Für mich ist jeder Selbstmordattentäter, der sagt, er wäre, der sich islamisch nennt, ist für mich ein psychisch gestörter Mensch. Da wird in der Berichterstattung aber nicht gesagt, wir haben einen psychisch gestörten gehabt, der heute in London, wo ich im Moment sehr oft bin, in London was irgendwie in der Bahn geworfen hat, da wird sehr stark betont, und wir haben hier eine islamische Person, damals, als dieser Norweger da zig Kinder auf dieser Insel abgeschossen hat, sich auch noch auf die Bibel bezogen hat, dieser kranke Mensch, und gesagt hat, und seine ganze Facebook-Seite war voll, Bibel, 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 und er tötet zig Kinder, darunter christliche Kinder und muslimische Kinder. Kein Mensch hat gesagt, das ist ein christlich-radikaler, sondern man hat gesagt, psychisch gestörter, und das unterschreibe ich. Böse sind immer die anderen. Böse sind immer die anderen. Ich habe gerade gesagt, nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt, wenn Sie mir einmal zugehören, legen Sie mir bitte nicht das Wort andersrum. Ja, Selbstkritik, Selbstkritik erwarte ich. Ich habe gerade gesagt, jeder Mensch, völlig egal was, der glaubt, einen anderen Menschen töten zu müssen, um in irgendeiner Form, ob es jetzt von seiner Religion, seine Ideologie oder irgendwas zu vertreten, ist ein psychisch gestörter Mensch. Entschuldigung. Warum wurden dann so viele islamische Gemeinden in Deutschland solche aus Ihrer Sicht psychisch gestörten? Nein, es sind nicht so viele, Herr Herrmann. Das kann ich dann wirklich nicht verstehen. Dann müssten Sie doch gerade die muslimischen Gemeinden diese psychisch gestörten schon längst aufmeißen. Wir haben in Deutschland, so wie Sie vorhin sagten, Hunderte von Gefährdern haben wir in unserem Land. Sie haben gerade selber gesagt, Hunderte. Wir haben, einen kleinen Moment, wir haben, wir haben in Deutschland, einen kleinen Moment, liebe Grüße an die Frau, liebe Grüße an die liebe Frau, ich habe hier ganz platonische Absichten mit dem Herr Plasberg. Also, es sind knapp 5 Millionen Muslime in Deutschland. Die meisten davon. Ärzte, Anwälte, Gemüseverkäufer, irgendwas oder jemand wie ich, der im Ausland Comedian spielt, der Deutschland wunderbar vertritt. Wir sind ein neues Deutschland. Heute, und darf ich noch mal kurz für die etwas jüngere Generation sprechen, möchte ich auch noch sagen, ich bin so stolz. Frau Manni, darf ich, darf ich, darf ich? Nein, nur diesen einen Satz, Herr Plasberg. Bitte danach bin ich ruhig. Nein, ich verspreche Ihnen, Sie sind danach wieder dran. Ich möchte Ihnen mal was zeigen. Sie haben einen Gedanken, Sie haben einen Gedanken formuliert, den ich sehr bemerkenswert finde, dass Sie sagen, zum Beispiel, was in Münster passiert ist, da sagen wir dann, psychisch gestört, psychisch gestört, sagen wir aber nicht, bei einem Attentäter, der loszieht und sich noch ein IS-Wappel auf die Störte. Die Ideologie aber dahinter. Es gibt eine Ideologie dahinter. Genau, das, was Sie sagen, ich möchte Ihnen jetzt mal einen Film zeigen. Das ist eine unfassbare Tat. Ein Bruder versucht, seine Schwester umzubringen. Da könnte man jetzt sagen, Ihren Gedanken verfolgend, das ist eine Familientragödie. Das gibt es in Deutschland auch, erweiterte Selbstmord oder Familienkonflikte, die so entarten. Aber in diesem Fall kann man auch sagen, dahinter steckt ein falsches Religions- oder Scharia-Verständnis, was auch immer. Sie sind gleich dran nach dem Film. Aber beantworten Sie mir dann bitte mal die Frage, ob das tatsächlich so vergleichbar oder nicht vergleichbar ist. So, jetzt muss ich da hingehen und drücken. Und dann werden Sie sehen, eine Geschichte, die einem fast den Atem nimmt. Dienstag, 27. Februar 2018. Eine Wohnsiedlung im baden-württembergischen Laubheim. In diesem Mehrfamilienhaus soll die 17-jährige Allah von ihrem Ehemann und ihrem Bruder, der den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt ist, lebensgefährlich verletzt worden sein. Mit einem Messer sollen die Männer auf ihre Brust eingestochen und ihr den Mund aufgeschlitzt haben. In einem Video sieht man den Bruder vor der schwer verletzten Frau stehen. Das Opfer überlebt schwer verletzt. Besonders schockierend? Zum Zeitpunkt der Tat sollen auch Allahs Eltern in der Wohnung gewesen sein. Sie sollen erst spät eingegriffen haben. Der Auslöser für die Tat war wohl, dass Allah sich von ihrem Ehemann trennen wollte, mit dem sie nach islamischem Recht verheiratet ist. Sie hatte sich in einen anderen Mann verliebt. Für Allahs Vater möglicherweise der Grund, warum er offenbar nicht sofort eingriff. Das islamische Recht besagt, wenn eine verheiratete Frau eine Beziehung führt und der Richter sie zum Tode verurteilt, dann darf ich nicht Nein sagen. Frau Armani, psychisch gestört oder religiös fehlgeleitet? Für mich absolut psychisch gestört. Natürlich, ich möchte mich dem anschließen, was Herr Özdemir vorhin gesagt hat. Keiner, für mich geht nichts über das Grundgesetz. Ich habe auch mal Jura studiert und erfolgreich abgebrochen. Aber für jeden, es geht nichts über das Grundgesetz. Es steht außer Frage. Jeder, der sich hier in irgendeiner Form dem Strafgesetzbuch widersetzt. Denken Sie an die Tat. Ja, aber meine Frage ist, warum betonen wir, ich erinnere mich an den Herrn Schall-Latur in einer Polizsendung, der damals sagte, wie viel Ehrenmorde haben wir zum Beispiel heute noch statistisch in Sizilien? Da geht es um Ehrenfamilienmorde. So etwas wird nicht betont. Es wird ständig, und es ärgert mich, dass hier ein hochgeschätzter Politiker die Frage... Es ärgert mich auch, dass ständig dann heruntergeredet wird. Das geht nicht. Ich habe nichts veruntergedacht. Frau Armani, Frau Armani, die ganze Zeit. Ich habe nicht einmal gejammert. Ich weiß auch gar nicht, was Sie... Doch, doch. Ihr erklagender Ton ist unerträglich. Ihr erklagender Ton ist unerträglich. Ich habe null Selbstkritik bei Ihnen. Wir reden über einen muslimischen Fall und dann reden Sie über Sizilien. Frau Armani, Sie sprechen über eine Minderheit und radikalen... Frau Armani, Sie haben mir was versprochen. Stellen Sie sich bitte mal vor, ich würde jetzt einen blauen Helm aufsetzen und würde hier als Blauhelmmoderator auftreten und schon ist Ruhe, das ist sehr schön. Vielen Dank. Frau Zeitung, die Sie... Ich wünschte, das würde eine Welt auch so einfach gut sein. Das wäre so gut, ich sage... Ist ja gut, haben wir verstanden. Frau Zeitung, die Frage, dieselbe Frage an Sie dort. Wenn Sie diesen Fall sehen und beurteilen sollen, würden Sie dann auch sagen, ja, in Deutschland würde man das, wenn es unter Deutschland passieren würde, als Familientragödie eines psychisch Gestörten abbuchen und betrauern und hier ist es plötzlich eine Frage der Nebengesetzgebung der Scharia. Naja, ich würde sagen, es ist ein psychisch Gestörter, der den Islam instrumentalisiert oder missbraucht. Also es ist natürlich, wenn ich eine Tat, wenn ich eine grausame Tat vorziehe, ist es immer natürlich einfach, das auf einen Glauben dann zu begründen, zu sagen, naja, ich habe einfach meinen Auftrag gemacht. Ist es, wenn es einfach ist, grundsätzlich falsch? Wie würdest du noch meinen? Ist es deswegen falsch, weil es einfach ist? Also ich finde einfach, dass man das alles zu weit einfach nur auf die Religion fokussiert. Es wird der Islam im Vordergrund gebracht. Und der Begriff auch Ehrenmord letztendlich ist im Islam nicht wiederzufinden. Nach meinem Verständnis. Ich möchte natürlich jetzt nicht, weil aber nach für mich ist das Begriff Ehrenmord nicht vorhanden. Und so eine Tat ist eine, ja, eine grausame kriminelle Art und eine Tat. Und ich bin froh, dass wir hier in Deutschland ein Gesetz haben, die dann auch solche Menschen aus dem Verkehr zieht. Herr Erfüll, ich glaube nicht, dass Sie dieser Überzeugung sind. Das ist auch völlig okay. Aber Sie können doch auf der anderen Seite nicht behaupten, dass der Betreffende das völlig frei erfunden hat. Sondern dass es leider rund um islamische Gemeinden, Leute gibt, die ihm genau so etwas erzählen, dass es rechtmäßig wäre, sich so zu verhalten. Das hat er doch nicht völlig frei erfunden. Das ist doch keine irre Idee von dem. Sondern es gibt leider, ich will nicht behaupten, dass das die Mehrheit ist, aber es gibt doch ganz eindeutig Leute aus dem muslimischen Bereich, nicht typisch nochmal für die Muslime. Aber dass es solche Leute gibt, dass es auch Imame gibt, die genau so etwas erzählen, das ist leider halt auch Realität. Und dafür dürfen wir durch die Augen nicht verschließen. Also das würde ich bezweifeln, dass Moschee gemeint sind. Frau Zeitung, darf ich eine Reihenfolge festlegen? Eine schöne deutsche Liste aufmachen. Da steht... Da rede ich mich mal an. Da sind Sie Zweiter. Als türkischer Schwabe... Wie in der Schule. Als türkischer Schwabe werden Sie jetzt diskriminiert, weil erst kommt der Abdelzer. Ja, wir müssen uns fragen, wollen wir die Probleme, die wir in diesem Land haben, lösen? Oder wollen wir den Islam reinwaschen und ihn alle tolle Religionen und friedliche Religionen darstellen? Es muss doch eigentlich jedem einleuchten, wenn wir so viele Selbstmordattentäter, die im Namen des Islams Menschen umbringen haben. In Deutschland und außerhalb von Deutschland. Weltweit in jedem islamischen Land, dann haben wir ein Problem auch mit dieser Ideologie. Wir können nicht immer auf Sizilien und Indien als Beispiele geben, denn wir hatten immer in der Schule immer einen Klassenvorletzter, der immer gesagt hat, aber ich war nicht der Schlechtste. Es gab jemanden, der noch schlechter war als ich. Das kann für uns, für eine moderne Gesellschaft, nicht reichen. Nein, es gibt Studien in diesem Lande über zum Beispiel türkischstimmige junge Mädchen, die doppelt so häufig Selbstmord begehen wie ihre Herkunftsdeutsche in ihrem Alter. Warum tun sie das? Entweder Selbstmord begehen oder ein Selbstmordversuch. Die Studien belegen, dass immer die fehlende Freiheit dahinter steckt. Dass ein Mädchen den Mann heiraten will, den sie liebt, ist kein Moslem, kein Türke, und dann die Familie will das nicht, dann bringt sie sich um. Dann will sie in einer anderen Stadt studieren und die Eltern dürfen das nicht. Können Sie mir sagen, wie viele Frauen mit Kopftuch in Deutschland alleine leben? Sie werden dann weniger, weniger. Dann kommen Sie nach Osnabrück. Ja, aber es gibt auch dazu, ja, und wie die Parallelgesellschaften funktionieren, wie der politische Islam zusammen mit den Kremlin-Banken eigentlich und arabischen Großfamilien dieses Stadtviertel kontrollieren, wie eine Paralleljustiz entsteht, wo die Rechte der Frau mit Füßen getreten wird, damit die deutsche Justiz nicht eingraft. Reden wir über diese Themen und lassen wir diese symbolischen Debatten, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, raus. Wir haben Probleme mit dem Zusammenleben. Wir haben Probleme mit der Mentalität. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann nicht in diesem Land ankommen, wenn man das Wertesystem des Islam eins zu eins hier leben und ausleben will. Das geht nicht. Herr Esselmeer, Sie wollten. Also es ist sicherlich so, dass der Fanatismus kein Privileg des Islams ist. Yitzhak Rabin, der ehemalige israelische Ministerpräsident, wurde durch einen jüdischen Fanatiker umgebracht. In den USA gibt es sogenannte Bible-Belt-Evangelikale, die Vorstellungen haben, die jenseits von Gut und Böse sind, auch nach Vorstellungen der Mehrheit der Christen hier. Nur das nützt nichts. Das Argument zu verweisen, andere haben auch Probleme, nützt nichts. Ich glaube, dieses Argument, dass man immer sagt, das hat alles mit dem Islam nichts zu tun, das ist ein bisschen unterkomplex. Entscheidend ist doch, darf ich die Schriften des Propheten Mohammed, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort mit dem Wissen von damals geschrieben wurden. Ich will mich jetzt nicht ins Theologische einlassen, das ist nicht meine Baustelle, ich bin Politiker, ich bin kein Theologe. Aber die entscheidende Frage ist doch, darf ich das, so ähnlich wie das Christentum das unter harten Kämpfen gemacht hat, mit dem Wissen von heute, an dem Ort, an dem ich lebe, zeitgenössisch auslegen? Oder darf ich das nicht? Und das ist der Streit, den der Islam gerade führt in der ganzen Welt. Und jetzt komme ich zu uns in Deutschland, mal praktisch argumentiert. Will ich, dass Imame aus der arabischen Welt, aus der Türkei, hier in den Moscheen wirken? Will ich, dass Religionslehrer aus diesen Ländern kommen, hier ausbilden? Oder will ich, wie wir es jetzt Gott sei Dank endlich angefangen haben, ich rede mir da seit Jahren den Mund franzlich, endlich Theologen in Deutschland ausbilden, auf der Basis unseres deutschen Grundgesetzes? Da kann es kein Vertun geben. Nur das kann akzeptiert werden. Will ich, dass künftig muslimische Religionsunterweisung oder gar Religionsunterricht an deutschen Schulen stattfindet, gerade damit die Fanatiker das Monopol nicht mehr haben, ihren Wahnsinn in die Gehirne der Kinder einzutrichtern? Auch das auf der Basis des deutschen Grundgesetzes. Das kann nur in deutscher Sprache sein. Auch da kann es kein Vertun geben. Das ist der Weg, den wir, glaube ich, gehen müssen. Ich sage damit nicht, dass wir damit alle Probleme lösen. Das wird ein langer, mühsamer Weg sein. Der wird uns noch sehr lange beschäftigen. Denn die Modernisierungsdefizite, die haben sich über viele Jahre angesammelt. Nur eins würde ich mir wünschen, für die Debatte jetzt nach vorne gerichtet, dass dieses Entschuldigen aufhört. Und das sollte jeder für sich machen. Also wenn der Herr Herrmann reden würde darüber, welche Modernisierungsdefizite es in der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft gibt und die muslimischstämmigen darüber reden würden, was es für Modernisierungsdefizite bei ihnen gibt, würde man, glaube ich, alle miteinander weiterkommen. Und die gibt es ganz eindeutig. Es ist viel von Studien und von Zahlen die Rede und es ist von Erwartungen die Rede, die die Mehrheitsgesellschaft an Zuwanderer hat. Ich möchte einfach mal aber eine bemerkenswerte Studie noch einspielen, die zeigt, Ja, viele Migranten, gerade auch türkische Migranten, sind sehr gerne hier. Aber die Frage ist, wie willkommen sie sich fühlen. Und das ist ja die Kehrseite. Jemand, der sich abschottet, tut es vielleicht freiwillig, weil er bestimmte Gründe hat, vielleicht religiöse. Oder er tut es aber auch, weil er sagt, ich habe keine Chance, angenommen zu werden. Deswegen finde ich, dass er uns diesen zweiten Aspekt unbedingt mal gönnen soll. Heute hackt's hier. So. Die Universität Münster hat 1200 Deutsch-Türken zu Integration und Religion befragen lassen. Dabei zeigt sich, 90% der Türkei-Stämmigen fühlen sich in Deutschland wohl und 87% fühlen sich mit Deutschland eng verbunden. Eine Frage war auch, was die wichtigsten Bedingungen für gute Integration sind. Die Top-Antworten. Deutsche Sprache lernen, die Gesetze beachten und gute Kontakte zu Deutschen haben. Und gleichzeitig klagt die Mehrheit der Türkei-Stämmigen über fehlende Anerkennung. 54% sind der Meinung, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich werde nicht als Teil der deutschen Gesellschaft anerkannt. Und 51% sagen, als Türkei-Stämmiger fühle ich mich als Bürger zweiter Klasse. Herr Abdel-Zermatt, würden Sie da auch sagen, dass es Jammern auf hohem Niveau, wie Sie es eben gesagt haben, oder ist das ein Grund auch, warum vielleicht in Teil einer, auch in der zweiten und dritten Generation, plötzlich wieder eine neue, in diesem Fall türkische Parallelgesellschaft entsteht? Es ist auch ein Problem, natürlich die Akzeptanz. und die Aufnahmefähigkeit. Deutschland ist eine junge Demokratie und braucht noch Zeit und auch junge Einwanderungsgesellschaft und braucht noch Zeit, um natürlich damit, und wir haben in den letzten Jahren eigentlich Fortschritte gemacht. Ich habe, ich bin vor 23 Jahren gekommen, nach Deutschland, ich habe in Bayern studiert, ich habe in Bayern studiert und es war schwierig für mich damals. Damals war der Einzige im Fernsehen, war Roberto Blanco und sonst gab es keine Ausländer. Herr Hermann Vorsicht jetzt. Und jetzt haben wir viele, Frau Amani ist auch ein Beispiel davon, auch Muslime, die überall in der Polizei, als Ärzte in den Medien, die Deutschen lernen und auch die Offenheit wird immer mehr. Ich höre Ihnen zu. Warum haben Sie gerade ein Buch geschrieben, das heißt Integration, ein Protokoll des Scheiterns? Ja, weil die Integration gescheitert ist. Ich habe Ihnen gerade zugehört und dachte, dass Sie Fortschritte protokolliert haben. Wir haben jetzt gesagt, die deutsche Gesellschaft wird offener. Aber werden Migrantengruppen offener? Nein, die Parallelgesellschaften werden größer. Wie werden Parallelgesellschaften größer? Indem man mehr auf die Religion, indem man den Migrationshintergrund immer in den Vordergrund stellt. Indem man die Religion und die Herkunft höher einstuft, als die hiesige Gesellschaft und ihre Werte. Und das ist Realität. Wie vergrößern sich die Parallelgesellschaften? Indem die Gesellschaften sich nicht vermischen. Indem ein türkischer Jugendlicher, indem eine Muslima zum Beispiel kein Nicht-Muslim heiratet. Das ist mal, dann kommen sie nicht irgendwie zusammen. Zweitens, indem ein türkischer Junge sexuelle Erfahrungen überall sammelt mit Deutsch-Stimmigen, mit Türkisch-Stimmigen, aber wenn er heiraten will, dann muss eh einer aus der Türkei hören. Dann wird das größer. Indem der politische Islam seine Infrastruktur in diesen Migrantenvierteln verfestigt und indem die arabischen Kriminellenfamilien auch eine Symbiose oder eine Allianz mit dem politischen Islam machen und diese Migrantenviertel kontrollieren. Soziale Kontrolle führt nicht zur Integration. Ich habe mein Buch Ein Protokoll des Scheiterns genannt, weil ich um mich herum geschaut habe und mich gefragt habe, wie funktioniert Integration? Es gibt vier Felder der Integration, die müssen erfolgreich sein, damit die Integration gelingt. Erstens die strukturelle Integration in Arbeit und in den Institutionen. Die ist nicht geglückt. Wir haben die Situation, dass 43 Prozent aller Menschen, die in diesem Land arbeitslos sind, Migrationshintergrund haben. Das sind Statistiken, offizielle Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben die Situation, kulturelle Integration, das ist das zweite Feld. Bildung, Teilhabe an Kultur, Sprache. Da haben wir große Defizite. Bildungslücke zwischen Türkei-Stimmigen, Arabisch-Stimmigen und dem Rest der Gesellschaft, aber auch verglichen mit anderen Migrantengruppen, wie die Vietnamesen, machen auch diese Gruppen auch Defizite. Nicht nur, weil sie aus sozial schwachen Strukturen kommen, sondern auch, weil die Mentalität, die Einstellung auch nicht funktioniert. Dann haben wir soziale Integration, funktioniert schlecht, dadurch, dass wir diese Durchmischung nicht haben. Und das letzte Feld und das Wichtigste für mich ist die emotionale Integration, die Verbundenheit mit dem Land. Es reicht nicht, dass ich sage, ich fühle mich in Deutschland wohl. Natürlich fühlen die Mafia-Familien sich sehr wohl in Deutschland. Sie machen gut Geld und sie kontrollieren die Viertel. Das reicht nicht aus. In allen Feldern haben wir Defizite. Wollen wir, dass wir diese Defizite aufheben? Der Fundamentalismus wächst, Arbeitslosigkeit wächst, die Bildungsmisere geht weiter. Wie können wir überhaupt von einer gelungenen Integration sprechen? Herr Özdemir. Ich will gar nicht ganz... Ich will gar nicht ganz grundsätzlich widersprechen. Mir fehlt nur ein Aspekt. Wenn man die Zahlen nicht mal aufschlüsselt, dann stellt man fest, Iraner zum Beispiel sind außerordentlich erfolgreich. Warum? Weil viele Iraner einen akademischen Hintergrund im Iran hatten und hier außerordentlich erfolgreich sind. Da ist eher das Problem, dass ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden. Aber bei der Arbeitslosigkeit sind sie auch ganz oben. Das hat oft was mit der Sprache zu tun, aber die sind perfekt integriert und mit denen gibt es praktisch keine sozialen Probleme. Umgekehrt ist es so... Können wir das bitte mal vermenschlichen? Was haben Ihre Eltern gemacht? Sie waren gerade geboren, die sind nach Deutschland... Danke, dass ich mein Argument nicht zu Ende bringen darf. Nein, ich möchte... Sie dürfen das doch. Ich wollte nur gerne... Das ist doch immer schöner, wenn man etwas vermenschlichen kann, was Sie gerade sagen. Sie sind der Moderator. Klar, hat er verstanden. Ihre Eltern sind aus dem Iran geflohen. Sie waren, glaube ich, da gerade geboren. Was hat Ihr Vater gemacht im Iran? Was hat er bei uns gemacht in Deutschland? Was hat Ihre Mutter im Iran gemacht? Was hat sie hier gemacht? Mein Vater hat im Iran Literatur und Philosophie studiert. Ist ein unfassbar belesener Mensch und kam nach Deutschland und konnte das Studium nicht wieder aufnehmen, weil er wollte, dass meine Mutter ihres wieder aufnehmen kann. Meine Mutter hatte Medizin studiert, wurde auch nicht anerkannt. Also hat meine Mama von vorne angefangen, in Frankfurt Medizin zu studieren. Da war sie 34 Jahre alt. Und mein Vater hat bei der Deutschen Post gearbeitet, nachts Pakete geschleppt. Das macht er bis heute. Obwohl ich ihn immer bitte, Papa, jetzt hör doch auf. Aber er sagt, ich habe nur noch ein Jahr bis zur Rente und ich möchte das weitermachen. Und er ist ein unglaublich belesener Mensch, der aber Pakete schleppt. Aber ich möchte... Und Ihre Mutter? Ihre Mutter hat das Medizinstudium dann zu Ende geschafft und ist heute Ärztin. Und ich möchte aber eine Sache... Nein, bitte, ich möchte das sagen. Ich habe den Herrn Özdemir unterbrochen. Der ist... Entschuldigung. Der wird ja echt böse, wenn er das nicht weitermachen darf. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nein, natürlich. Links lasse ich gerne sprechen. Im Prinzip... Sie haben unglaubliches Glück, Herr Özdemir. Wir sagen mal Glück im Leben da. Also das bestätigt ja genau mein Argument, dass es die Muslime nicht gibt. Und ich glaube, man kann das Argument nicht auf die Religion allein nicht. Ich gehöre zu denen, die sagen, man darf die Religion nicht ausblenden. Aber es gibt halt auch eine soziale Komponente und die muss man, glaube ich, auch berücksichtigen. Wenn beides zusammenkommt, eine rückständige Interpretation der Religion, mangelnder Bildungszugang, dann haben wir ein Phänomen, das sehr gefährlich sein kann. Also ist es wichtig, dass wir an beiden Stellschrauben gleichzeitig ansetzen. Wir müssen schauen, dass wir gucken, dass eine moderne Interpretation der Religion gemacht wird. Auf der Basis unserer Verfassung kann man gar nicht oft genug sagen. Zugleich müssen wir aber auch, das haben Sie ja in Ihrem Beitrag gezeigt, dafür sorgen, dass Diskriminierung gekämpft wird, dass die Leute in der Schule erfolgreich sind. Schauen Sie, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, ich habe immer besser Schwäbisch gesprochen oder geschwätzt wie Türkisch. Aber in der vierten Klasse bei uns wurde nach der vierten Klasse nach Schulform getrennt. Ich erinnere mich, als ich gestreckt habe, ich will aufs Gymnasium, hat mein Lehrer gelacht, hat meine ganze Schulklasse gelacht. Und ich kam erst mal auf die fünfte Klasse der Hauptschule. Ich will jetzt gar nicht klagen, ich habe meinen zweiten Bildungsweg dann gemacht. Was ich damit sagen will ist, es hilft schon auch, wenn wir beides gleichzeitig machen. Wir müssen klare Regeln einfordern und gleichzeitig die Durchlässigkeit der Gesellschaft gewährleisten. Dann werden wir, glaube ich, Wenn sich Menschen an diese Regeln halten, zum Beispiel dem Versprechen glauben, Bildung, Spracherwerb ist ein Versprechen, einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben. Was dann passiert, das werden wir gleich beleuchten, nachdem ich mit Brigitte gesprochen habe, die uns unsere Zuschauermeinungen näher bringt. Brigitte, bitte. Ja, diese Meinungen liegen heute echt weit auseinander. Das kann man so auf allen Kanälen sich mal anhören und durchlesen. Ich habe ein paar Stimmen ausgesucht und fange mit Facebook an. Das ist sehr kurz und knapp. Dort schreibt zum Beispiel Dieter Gramm, Seehofers Aussage ist für mich kriminell. Und ihm antwortet ein anderer Zuschauer, Dieter Dellemann nämlich, der schreibt, Herr Seehofer sagt das, was viele Deutsche denken. Also auch bei unseren Zuschauern liegt es sehr weit auseinander. Oder diese beiden Zuschauer, die sich so ein bisschen bei Twitter streiten mag, Lüger schreibt, ich bin katholischer Christ, für mich gehören der Islam und die Muslime nicht zu Deutschland. Denn die Muslime repräsentieren den Islam. Oder kennen Sie etwa praktizierende Muslime, die sich von der menschenverachtenden Scharia distanzieren? Frau Zeitung, gibt es das? Natürlich, das ist die Mehrheit der Muslime, die auch ein Scharia-Verständnis haben, was mit dem Grundgesetz auch harmoniert. Eine Antwort auch an unseren Nutzer Marc Lüger von unserem anderen Zuschauer Michael Baumann, der eben auch antwortet bei Twitter. Und er schreibt so eine kleine Miniatur aus dem Alltag. Mein muslimischer Arbeitskollege wünscht mir regelmäßig frohe Ostern oder frohe Weihnachten. Aber mir wird jetzt erst bewusst, ich habe ihm noch nie zu seinem Zuckerfest gratuliert. Und auch deshalb zählt für mich der Islam zu Deutschland. Ganz genau hinschauen und differenzieren. Muslim ist nicht gleich Muslim. Das fordert auch Peter Krebs und hat bei uns im Gästebuch geschrieben. Muslime, die sich nicht selbst durch ihr äußeres Erscheinungsbild oder Ablehnung der Kultur dieses Landes ausgrenzen, gehören dazu. Der Islam in seiner aggressiven, selbstherrlichen und intoleranten Form darf kein Teil Deutschlands werden. Ja, Staat und Kirche müssen getrennt werden. Großes Thema auch bei vielen Zuschauern. Roy Herrendorf zum Beispiel schreibt bei Facebook, wer sagt, dass eine Religion zu seinem Land gehört beispielsweise auch das Christentum, propagiert einen Gottesstaat. Damit wären wir nicht besser als zum Beispiel der Iran, nur die Ausrichtung ist eine andere. In diesem Sinne gehört auch der Islam nicht zu Deutschland. Muss man aber eben vielleicht auch grundsätzlich gehen, also hier nochmal bei uns vor die Traditionstür gucken. Verona Mayer schreibt, es wird Zeit, dass Kirche und Staat in Deutschland getrennt werden. Damit meine ich getrennt von allen Religionen. Ich als Atheistin bin nicht bereit, weiterhin mit meinen Steuergeldern kirchliche Dinge zu finanzieren. Noch so ein kleiner Blick auf die Debatte und warum die jetzt kommt und was vielleicht noch an Intentionen dahinter stecken könnte. Bei Facebook schreibt Joachim Wöbking, merkt eigentlich niemand, dass es Seehofer mit solchen Sprüchen nur um die Landtagswahlen in Bayern geht. Dass die CSU im Bund so viel zu sagen hat, ist schon mehr, als man aushalten kann. Ja, nicht debattieren, sondern einfach machen. Noch ein Appell in Richtung Politik. Deutschland ist ein durchaus reiches Land, kann sich einiges leisten. Und Tim Exner schreibt bei Facebook, mit einem Milliardenüberschuss an Steuern könnte man Integration, Bildung und Digitalisierung fördern und noch soziale Ungleichheit abbauen. Stattdessen haben wir eine Bundesregierung, die sich selbst zerfleischt und diskutiert seit Wochen darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Ab morgen auf Franz Meseberg, da wird alles besser. Dankeschön, Brigitte Büscher, für diesen Überblick. Was gehört zu einer gelungenen Integration? Wir haben es eben aus der Runde gehört. Zu einer gelungenen Integration gehört sicher auch ein guter, ein ordentlicher Arbeitsplatz. Voraussetzung eine gute, ordentliche Ausbildung und Bildung. Was ist mit dem Versprechen, das wir immer geben, kümmere dich um Sprache, kümmere dich um gute Abschlüsse, dann kriegst du einen Job. Was ist damit? Nicht viel her, wie ein interessantes Experiment einer Universität zeigt. Das ist Sandra Bauer. Und das ist Meriem Öztürk. Und das ist auch Meriem Öztürk. Allerdings mit Kopftuch. Drei fiktive Bewerbungen, gleiches Fotomodell, ein vollständig identischer Lebenslauf, gleiche Qualifikation. Eine Forschungsgruppe der Universität Linz verschickte insgesamt rund 1500 solch identischer Bewerbungen an Unternehmen in Deutschland. Das Ergebnis. Sandra Bauer bekam von rund 19% der Unternehmen eine positive Rückmeldung. Meriem Öztürk von nur knapp 14% der Firmen. Trägt Meriem Öztürk ein Kopftuch, bekommt sie nur in 4% der Bewerbungen eine positive Antwort. Wohlgemerkt, der Inhalt aller Bewerbungen war identisch. Herr Hammann, können Sie sich vorstellen, wie das, das entspricht ja ungefähr dem auch, wenn man sich mal umhört, wie Menschen reagieren, wird jetzt wissenschaftlich mal mit Zahlen belegt. Was glauben Sie, was das zum Beispiel bei den Kindern von Frau Zeitung macht? Es gibt dieses Versprechen, strengt euch an, dann könnt ihr was werden. Sie haben gesehen, wie die Chancen schwinden, wenn man entweder den falschen Namen oder dann sogar noch ein Kopftuch hat. Was das Kopftuch anbetrifft, muss man sicherlich sehen, da gibt es sicherlich Firmen, die einfach sagen, im Kontakt mit unseren Kunden ist das ein Problem, wenn unsere Mitarbeiter denen mit Kopftuch begegnen. Solche Firmen wird es geben. Aber generell will ich überhaupt nicht bestreiten, dass es da Firmen gibt, die vielleicht noch nicht so aufgeschlossen sind. Insgesamt kann ich aber nur jedenfalls nach meinen Erfahrungen in Bayern feststellen, wir haben auch da, Punkt doch, Beschäftigung, die höchste Beschäftigungsquote für Ausländer aller Bundesländer haben wir in Bayern. Uns gelingt jedenfalls sehr wohl die Integration in den Arbeitsmarkt. Jedenfalls haben in Bayern ein höherer Prozentsatz der Ausländer, nämlich über 70 Prozent, ein Arbeitsplatz mehr als in jedem anderen Bundesland. Ich kann nur sagen, wir kümmern uns drum. Ich will nicht behaupten, dass alles in Butter ist, aber das ist das A und O in der Tat. Deutschland und dann in der Tat versuchen, Menschen in einen Arbeitsplatz zu bekommen. Da kämpfen wir dafür. Das kann nicht der Staat allein garantieren, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist die zentrale Herausforderung für die Integration. Dann nochmal, das ist im Interesse der betroffenen Menschen, dass wir die, die hier bleiben dürfen auf Dauer, die hier ordentlich angekommen sind, dass wir sie gut integrieren für deren Zukunftschancen. Es ist aber gleichzeitig im Interesse unserer Gesellschaft insgesamt, weil wir nämlich auf Dauer nur den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wahren werden, wenn die Menschen gut integriert sind in unser Leben. Und dazu gehört neben der Bildung dann in der Tat vor allen Dingen der Arbeitsmarkt, dass jemand von der eigenen Hände Arbeit leben kann. Und genau darum müssen wir uns kümmern. Und da müssen wir uns jetzt noch viel stärker kümmern, denn wir haben durch die große Zahl von Flüchtlingen da jetzt große Herausforderungen vor uns. Frau Zeitung, Ihre Tochter trägt, soviel ich weiß, seit sie 14 ist, ein Kopftuch. Wenn Sie sich mal die Chancen angucken, die das Kopftuch verringert, wenn es darum geht, einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Was raten Sie dann Ihrer Tochter? Ja, es ist in der Tat ein Problem. Da muss man auch ganz klar sagen, dass die muslimischen Frauen es schwerer haben im Arbeitsmarkt. Sie werden auf ihr Kopftuch reduziert und nicht auf die Qualifikationen, die sie mitbringen. Das finde ich natürlich erst mal sehr traurig, weil auch viele, dadurch auch viele muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, natürlich sich zweimal überlegen, was sie erst mal studieren wollen. Jetzt als Beispiel mit meiner Tochter, sie würde gerne Lehrerin werden. Sie ist aber immer wieder frustriert und sagt, die ist jetzt 17 mittlerweile, und sagt, Mama, warum soll ich denn auf Lehramt studieren, wenn ich doch sowieso nicht als Lehrerin mit Kopftuch arbeiten darf. Und ich sage immer wieder, trotzdem eifere deinem Berufswunsch nach. Man weiß nicht, was sich da im Laufe der Zeit entwickelt. Und da habe ich aber auch mehrere junge Mädchen mit 16, 17, die auch genauso sagen, ich muss überlegen, genau überlegen. Ich kann nicht in einem kaufmännischen Beruf... Gucken Sie mal, wie der Östel mir Sie anguckt. Und gleich fragen wir ihn mal, was in ihm vorgeht. Ich... Ich will aufmerksam zu. Ach so. Im kaufmännischen Bereich, die dann wirklich überlegen, so, wo kann ich unauffällig arbeiten? Und diese Aussage, in Kontakt mit Kunden, was stelle ich für eine Gefahr da, wenn ich mit einem Kunden kommuniziere... Gefahr hat niemand gesagt. Aber ich stelle mir vor, Sie sind an einer Hotelrezeption. Ja, aber was ist das jetzt, wo ist das Problem? Ich kann Ihnen einige Probleme erzählen. Wenn ich mich artikulieren kann, ich spreche fließend Deutsch, ich weiß, meinen Beruf umzusetzen, ich bin qualifiziert, wo ist das Problem, dass ich mit meinem Kopftuch dann einen Kunden... Auch die Mehrzahl der muslimischen Frauen in Deutschland antworten auf die Frage mit dem Kopftuch, dass sie im Kopftuch ein Zeichen von Nichtgleichberechtigung der Frauen sehen. Die Mehrheit der muslimischen Frauen in Deutschland sieht im Kopftuch ein Symbol der Nichtgleichberechtigung der Frauen. Und das muss man einfach wahrnehmen. Das ist so wohlgemerkt. Da geht es gar nicht, was die Deutschen dann drinnen oder Christen oder Buddhisten oder Atheisten denken. Die Mehrzahl der muslimischen Frauen sieht im Kopftuch ein Symbol der Nichtgleichberechtigung der Frauen. Und da kann ich doch verstehen, wenn dann jemand sagt, so ein Zeichen will ich in meinem Betrieb nicht haben. Ist das eine gute Vorlage, in Herrn Özdemir's Kopf zu gucken? Haben Sie vielleicht dasselbe gedacht wie ich eben, weil ich es immer noch nicht verstanden habe, warum das dann ein solcher Hinderungsgrund ist, dass man nicht sagt, ich verliere nichts für mich, wenn ich in einer Gesellschaft, die dann so ist, so rückständig, so komisch, aber wenn ich das Kopftuch ablege und ansonsten meinen Glauben weiterlebe. Was ist daran so schwierig? War der Gedanke in Ihrem Kopf auch in dieser Nähe? Auch? Ich praktiziere ja nicht. Deshalb bin ich eigentlich der Falsche, den Sie da fragen. Meine Frau ist Katholikin, aber ich habe mit dem Kopftuch folgendes Problem. Mein Problem ist, ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein individuelles Glaubensbekenntnis ist. Das habe ich zu respektieren, auch nach unserer Verfassung, weil wir säkulare Gesellschaftsordnung sind. Ob jemand Nonne wird, ob jemand Religion so oder so praktiziert, das habe ich alles nicht zu kommentieren bei uns. Aber da, wo es ein Mittel ist zur Agitation, da, wo es eingesetzt wird, zu sagen, nur das ist die einzig richtige Auffassung, den Islam zu interpretieren, da habe ich ein Problem damit. Also ich will es mal konkret machen, wenn Ihre Tochter, ich will Ihnen nichts unterstellen, in der Schule wäre und meine Tochter mit zwölf, die kein Kopftuch trägt, wäre jetzt in der Klasse und die Auffassung der Lehrerin wäre, eine Lehrerin ist ja auch eine Autoritätsperson, auf die man schaut. Das ist die einzig mögliche Weise, den Islam zu interpretieren. Dann hätte ich damit ein Problem, das will ich schon sehr klar sagen. Also es geht nur, wenn die, die ein Kopftuch tragen, und zwar individuell, nicht weil es der Bruder, weil es der Vater, weil es die Gesellschaft möchte, wenn die auch für das Recht kämpfen, dass meine Tochter mit Minirock rumläuft. Wenn das der Deal ist, dann können wir uns darauf einlassen. Wenn der Deal aber ist, ich will für mich Religionsfreiheit, aber für andere nicht, dann haben wir ein richtiges Problem. Genau. Frau Mann? Ich stimme Ihnen da absolut zu und das sind ja Punkte, über die wir uns einig sind, über die wir uns ganz klar einig sind. Wenn jemand, der hat hier nichts zu verlieren, wenn er darüber diskutiert, es gilt nur das, was ich dir vermitteln will, ich würde das auch nicht wollen, wenn ich mein Problem... Wenn Sie sagen einig sind, darf ich einen Gedanken noch einführen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung denkt darüber nach, etwas Ähnliches zu machen, was in Österreich gerade propagiert wird, nämlich zu sagen, wir verbieten bei jungen Mädchen unter 14 das Tragen von Kopftuch in der Schule oder sogar schon in der Kita, weil es Fälle gibt, wo kleine Kinder, kleine Mädchen, 14, 12, 10, Jünger mit Kopftuch hingeschickt werden. Und damit sicher auch geprägt werden für die Frage dann, was Sie mit 16, 17, 18 entscheiden, ist es ja auch entscheidend, wann Sie damit angefangen haben. Die nordrhein-westfälische Landesregierung plant das. Herr Plasberg, aber dann geschieht genau das. Natürlich bin ich da dagegen, weil was entsteht, wenn Sie so etwas verbieten, schauen Sie sich Kuba an, wenn Kirchen verboten werden, wie zum Beispiel in Kuba, dann entstehen Untergrundkirchen. Wenn im Iran, was da ganz schrecklich ist, den Menschen eine Religion aufgezwungen wird, was passiert? Die Leute fliehen und sie distanzieren sich wieder von der Religion. Wenn wir aber dieses wunderbare System haben in Deutschland, wo eine Religionsfreiheit gewährleistet wird, mit dem Aspekt, dass ich natürlich auch nicht will, dass eine Lehrerin in der Schule jemandem sagt, das, was du da gerade machst, ist falsch und du müsstest es so wie ich machen, selbst wenn es nur eingeführt wird. Mit dem Aspekt, dass Eltern ihre 8-jährige Tochter mit Kopftuch in die Schule schicken. Mit dem Aspekt, dass wir akzeptieren, Freiheit der Eltern. Und wer denkt an das Kind? Wer denkt an das Kind? Wissen Sie, was ich interessant fand? Hier rechts wurde mir der Vorwurf gemacht, etwas vorher in der Diskussion, dass ich jammere. Ich habe nur da jammern gehört. Jammern, was da gerade passiert. Habe ich recht, vielen Dank, da ist man auch meiner Meinung. Ich habe nur da jammern gehört. Ich bin sehr positiv, was das neue Deutschland angeht. Ich bin der Meinung, Integration passiert hier gerade auf eine wunderbare Art und Weise. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich klein war, ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil ich ja selber nur als Entertainerin sprechen kann, als Künstlerin, als jemand, die mit Comedy und Kabarett auf der Bühne steht. Als ich klein war, gab es an deutscher Musik, die ich gefeiert hätte, wo ich klein war, gerade mal so die Fantastischen Vier. Die fand ich super. Inzwischen gibt es eine Masse an deutschem Hip-Hop, an deutschem Pop, an deutscher, verschiedenste Art von deutscher Musik, die international mithalten kann. Die ist sehr auch geprägt von Menschen, die Migrationshintergrund haben, die hierher gekommen sind, die neue Einflüsse gebracht haben, musikalisch, kulturell und so weiter. Wir alle repräsentieren Deutschland. Die Kids heutzutage, ich bin sehr, sehr stolz, als ich klein war, hat man mich noch teilweise als Ausländerin betitelt. Heute finde ich es sehr süß. Sie treffen ein kleines, hübsches deutsches Mädchen und wissen Sie, was sie Ihnen ganz stolz sagt? Sie fragst so, und bist du denn deutsch? Sagt sie, ja, aber auch ein Viertel, ein Viertel bin ich auch Tunesierin. Ganz, ganz süß, dass ich bewundere das und finde das ganz toll, dass man heute fast schon stolz ist, zu sagen, ich habe multikulturellen Background. Bitte lasst mich noch den Satz sagen. Ich habe nur Luft durch. Karl Schmitt, ein berühmter Rechtsstaatler und Rechtsphilosoph, hat diesen wunderbaren Satz, in order to have a society, also, Entschuldigung, um eine Gesellschaft zu haben, musst du ein Feindbild, hoppala, 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 kreieren. Du musst genauso wie, Opferrolle, Opferrolle. Nein, Opferung war da rechts. Opferrolle, Opferrolle. Das macht ihr nach der Sendung. Jetzt noch 10 Sekunden. Wir kreieren zu Zeit ein Feindbild. Wir waren bei einem Kind mit Kopftuch. Bitte lassen Sie mich doch mal beweisen. Bitte verschwinden Sie mich mit dem Quatsch da rechts. Wir haben genug Gerät. Wir haben genug Gerät. Sie haben genug Gerät. Wir haben genug Gerät. Danke schön. Wir haben genug Gerät. Einerseits noch zu Ende. Ich finde, wir kreieren leider ein Feindbild. Und anstatt, dass wir uns konzentrieren, dass wir ein tolles neues Deutschland sind, mit vielen Einflüssen, fokussieren wir uns auf radikale Gruppen, die hier nichts zu suchen haben, gegen die man straflich mit vorgehen muss. Ich würde Ihre Frage gerne beantworten. Und darauf fokussieren wir uns leider in den Medien. Wir waren bei den Kindern mit dem Kopftuch. Und das ist sehr wichtig, was er da recht ist. Das ist in der Tat so, dass die Herr Östimir bereit ist, meine Frage zu beantworten. Das honoriere ich natürlich. Ich will Ihre Frage beantworten. Ich finde, ein Kind, das im Kindergarten ist, ein Kopftuch trägt, das trifft die Entscheidung nicht selber. Das ist die Entscheidung der Eltern, der Gesellschaft. Also das kann mir keiner erzählen, dass es die Entscheidung des Kindes ist. Das will ich noch was sagen. Warum trägt dieses Kind das Kopftuch? Weil es angeblich ein Sexsymbol ist, ein Sexualsymbol ist. Richtig. Das ist nicht normal. Also wer findet, dass Männer Kinder als Sexualsymbol sehen, der sollte die Männer behandeln und nicht die Kinder zwingen den Kopf. Richtig. Danke für diese Antwort. Und jetzt knüpfe ich an Sie an, Frau Armani. Sie haben begeistert erzählt von dem modernen Deutschland, haben das an der Musik, Kriegsszene festgemacht. Und dieses moderne Deutschland, das schütte ich jetzt mit einer kalten Dusche über Sie aus. Schauen Sie sich das mal an. Das ist das moderne Deutschland, nämlich das neue Bundeskabinett. Schauen Sie sich das mal an. Kein einziger Migrant. Ja, der rote Pfeil, Frau Barley hat einen englischen Vater. Gut. Aber ist das das moderne Deutschland? Ist das so, wie die Regierung eine Repräsentanz sieht? Herr Herrmann. Gut, die CSU hat jetzt keine Frau nach Berlin gebracht. Das schlabbern wir mal. Aber ich zeige es einfach noch mal. Schauen Sie sich das mal an. Geht das noch 2018? Herr Herrmann, hallo. Ich glaube nicht, dass wir jetzt anfangen müssen, Quoten der Bundesregierung bei drei verschiedenen Regierungsparteien festzulegen. In Parteien gibt es Quoten nach Franken, nach Oberbayern, nach evangelisch, nach katholisch. Bei den Grünen gibt es noch ganz, haben Sie gelacht, bei den Grünen gibt es noch ganz andere Quoten, Herr Özdemir. Sie sollten den Ball ganz wach heißen. Warum sagen Sie dann, da sollten wir nicht nach Quoten anfangen? Also wir werden ja, wie gesagt, Sie haben zwar das vorhin beiseite geschoben, aber wir waren ja schon nahe dran, an Jamaika, das ist an der FDP geschildert, an dieser großen liberalen Partei. Das muss ich zugeben. Das ist gescheitert. Ja, sonst, Herr Özdemir, jetzt vielleicht Bundesminister, das ist nicht jetzt mein Anliegen und so weiter. Aber ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt da weiterkommen, wenn wir sagen, hier uns fehlen da Leute mit Migrationshintergrund und dergleichen. Das hat jede Partei selber zu entscheiden, wen sie da entsprechend reinbringen will. Es gibt in den Parteien Kandidaten für die Parlamente mit Migrationshintergrund und dergleichen. Das haben letztendlich die Wählerinnen und Wähler zu entscheiden. Die Frage ist ja, Ihr Optimismus in wessen Ohr, in des Wählers Ohr. Frau Amani, sind Sie, wenn Sie das sehen, immer noch so positiv gestimmt, wenn Sie mal über die Musik- und Kulturszene hinauskommen? Genau, weil ich glaube, dass ich dann nicht einseitig argumentiere und wenn ich sage, ich bin positiv, bin ich auch positiv in diesen Dingen. Ich schaue mir unsere Popkultur an. Wie gesagt, ich sitze hier nicht als Politikerin oder als Gesellschaftswissenschaftlerin, sondern kann nur aus der Entertainmentbranche sprechen. Ich weiß, wie toll da Leute mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Ich glaube auch, ohne Herrn Herrmann in irgendeiner Form angreifen zu möchten, dass die junge Generation heute, so wie ich es gerade erklärt habe, freut sich so sehr, es ist fast schon umgekehrt, irgendwie zu sagen, hey, ich habe verschiedene Einflüsse, ich habe muslimisch und christlich in der Familie, ich bin sehr stolz, ich habe in meiner Familie Katholiken, ich habe in meiner Familie Muslime, dann habe ich in meiner Familie Leute wie ich, die an Gott glauben, aber nicht wirklich sich in irgendeiner Religion wiederfinden in diesem Form. Ich finde es nur, diese einseitige Argumentation aus dem Islam ein Feindbild zu kreieren. Und dann möchte ich bitte, und dann möchte ich wissen, warum Sie an dieser Welt in der Politik, wenn wir schon das große Glück haben, einen Politiker hier sitzen zu haben, warum liefern Sie Waffen in diese Länder, die wir hier so kritisieren? Denn ein ISIS ist auch nur aus einem Machtvakuum, wir spalten den Nahen Osten, wir destabilisieren alles für Wirtschaftsinteressen und regen uns dann auf, dass irgendwelche Leute radikalisiert in irgendwelchen Ländern sagen, wie wäre es mal mit der Ursache, und da werden Sie doch gefordert, nicht ich, mal aufzuhören, da Waffen hinzuliefern, mit Saudi-Arabien zu kooperieren, solche Sachen zu machen und dann uns wundern, dass da Radikalität entsteht und die auch noch bewaffnet sind. Ja, vielen Dank. Schön, wenn das noch in der Frage endet, an den Herrmann, aber das gebe ich mal weiter, das hat Herr Özdemir ja eben auch getan, dann habe ich gesagt, das ist nicht das Kernanliegen, aber gegen Ende der Sendung können wir uns die Frage ja mal stellen, Sie haben auch die Waffenlieferung angesprochen, was sagen Sie auf Frau Amann? Wir müssen mit diesen Fragen natürlich sehr, sehr sensibel umgehen, aber klar ist natürlich auch, dass der Nahe Osten ein überaus schwieriges Spannungsfeld ist und wir natürlich immer auch beachten müssen, wie die Kräfteverhältnisse da austariert sind, wenn zum Beispiel der Iran mit seinen Machtansprüchen von anderen Ländern entsprechend mit Waffen ausgestattet werden, dann muss man immer überlegen, kann man das einfach so laufen lassen oder muss man Länder, die vielleicht durch den Iran gefährdet sind, entsprechend auch so die Möglichkeit geben, sich gegebenenfalls selbst zu verteidigen. Ich bin kein Außenpolitiker, aber ich glaube schon, ganz so einfach Beide Seiten häcklen. Ganz so einfach ist es nicht, trotzdem sage ich auch, wir müssen das sehr genau jeweils im Einzelfall überlegen und dazu gibt es ja auch die Mechanismen, es ist ja nicht so, dass jede Firma beliebig einfach in solche Länder exportieren kann, sondern dass das jeweils einzeln in der Bundesregierung auch behandelt werden muss und genehmigt werden muss. Diesen Exkurs möchte ich an der Stelle mal beenden, Herr Abdel-Zamat, Sie sagen, Protokoll des Scheiterns bei der Integration, gibt es für Sie einen positiven Gedanken, an welchen Stellschrauben man drehen könnte, beide Seiten, damit Ihr Buch völlig inaktuell ist in drei Jahren? Ja, deshalb habe ich ja in meinem Buch nicht nur die Misere analysiert und die Gründe dafür und auch dieses Protokoll beginnt schon seit den 60er Jahren bis heute. Viele und beide Seiten haben Fehler gemacht, die aufnehmende Gesellschaft, aber auch die Migranten. Es war bequem, von Anfang an diese Parallelstrukturen aufzubauen. Damit wir rauskommen, darf ich vielleicht einen Denkfehler schon im Titel der Sendung ansprechen. Islam ablehnen, Muslime integrieren, funktioniert das. Wir begehen den Fehler, immer zu glauben, Muslime sind nur über den Islam integrierbar. Das ist ein Riesenfehler. Muslime sind Menschen, sind heterogene Menschen, sind nicht ein Block und es ist ein Fehler, mit ihnen alles ein Kollektiv umzugehen. Erstmal. Alles einzelne Bürger mit Rechten und Pflichten. Ohne Diskriminierung, aber auch ohne Sonderrechte. Wir haben viele Sonderrechte für Muslime. Das soll aufhören. Zweitens. Der Staat, bevor wir über irgendwelche Integrationsmaßnahmen sprechen, muss der Staat sein Gewaltmonopol in Migrantenvierteln zurückholen. Von den arabischen Großfamilien und von den Islamisten. Es gibt No-Go-Areas. Lesen Sie erst mal mein Buch und schauen Sie, welche Statistiken ich da habe. Ich lese Ihr Buch ganz bestimmt nicht. Ja, ja. Gut, jetzt haben wir Werbung und Anti-Werbung gemacht. Vergessen Sie mal das Buch. Jens Spahn erzählt etwas Ähnliches ohne ein Buch geschrieben zu haben. Ich wollte nur sagen, dass in diesem Buch, ich glaube, John Issymer hat es gelesen, 50 Seiten beschäftigen sich mit Lösungen. Und echte Lösungen, alle Seiten sind gefordert. Erstens muss der Staat sein Gewaltmonopol zurückholen. Richtig. Die Justiz muss schneller agieren auf Kriminalität und Abschäbungen. Schnell ist ein gutes Stichwort. Sie haben noch 15 Sekunden. 15 Sekunden, dann springe ich dann zum Bildungssystem. Unser Bildungssystem ist nicht, hat keine Aufgabe für Integration. Die Schule muss mehr Integrationsarbeit leisten. Die Schule muss den Kindern mehr Freiheit vermitteln. Die Kinder müssen in der Schule auch Strategien entwickeln, wie sie mit ihren Eltern verhandeln können über ihre eigene Freiheit. Und letzten Endes müssen alle das wollen, dass die Integration gelingt. Und nicht nur, dass der Staat den Leuten immer mit Fördergeldern und Integrationskursen überschüttelt. Nein, wir müssen auch von Migranten etwas erwarten können und wir müssen auch Kontrollmechanismen haben, wie wir auch diese Förderung durchsetzen können. Danke, Herr Abdel-Samad. Ich bin immer für engagierte Diskussionen, habe aber mit zunehmendem Alter auch ein Harmoniebedürfnis. Deswegen eine Schlussrunde. Da ist Fantasie gefragt. Stellen Sie sich bitte vor, Sie müssten den neuen Heimatminister, Horst Seehofer, an Ihren Lieblingsort in diesem Land führen. Wohin würden Sie ihn mitnehmen, Herr Özdemir? Natürlich auf die schwäbische Alb, nach Bad Urach, der schönste Ort in Deutschland. Und mein Wahlkreis nach Stuttgart. Wobei Heimatminister, wir haben ja auch keinen Liebesminister, manche Sachen ist doch ganz gut, wenn es die Gesellschaft selber macht und nicht für alles die Politik zuständig ist. Frau Zeitung, wo führen Sie Seehofer hin? Ja, ich komme ja aus der Jugendarbeit. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen hier zurückgehalten, weil das sehr... Wo führen Sie ihn hin? Ich möchte Sie nicht abhören, aber die Tagestimmen wirken mich ab. Und da sitzt Ingo Zamparoni. Ja, wo führen seine Worte hin? Nee, wo führen Sie ihn hin? Wo führen Sie ihn hin? Wir machen mal weiter, ich komme gleich zu Ihnen zurück. An welchen Liebes er auch führt? Ich würde ihn gerne sehr herzlich einladen, somit spreche ich es auch aus, zu einer meiner Comedy-Shows zu kommen, damit ich ihm einmal ins Gesicht sagen kann, was ich von dieser Aussage halte und dass ich sehr traurig bin, weil er auch mein Innenminister ist. Und wenn er so eine Aussage trifft, Heimatminister und Innenminister. Wo führen Sie ihn hin? Einen auch, den er noch nicht kennt, Herr Herr. Den er noch nicht kennt, das ist gar nicht so einfach. Ich war ja schon viel mit Horst Seehofer unterwegs, aber wir haben bald wieder Bergkirchweih in Erlangen. Nein, ich lade ihn da ein. Da trifft er unheimlich viele Menschen unterschiedlichster Herkunft, die mit Begeisterung hier beisammen sind. Herr Abdel-Zermack. Ich würde mit ihm zu einer DITIB-Moschee gehen und ihn fragen, wenn der Islam nicht zu Deutschland gehört, warum kriegt DITIB nach wie vor Millionen Fördergelder von der Regierung? Toll, ich hatte an romantische Orte gedacht, aber jeder bringt dir noch ein Statement unter. Das letzte von Ihnen, Frau Zeitung. Ich habe Ihre Frage verstanden. Ja, ich würde ihn nach Osnabrück einladen, um zu sehen, wie Integration funktioniert, wie Menschen aus den verschiedenen Religionen miteinander in Dialog stehen. Und da haben wir viele, viele Beispiele, auf die ich auch stolz bin, auch zu sagen, ich bin Osnabrücker. Wunderbar. Ein Schlusswort von der Osnabrückerin. Und der deutsche Wermelsgerichtner Frank Glasberg klingt jetzt ab an den Deutschen. Ingo Zamperoni, was ist denn Ihr Hauptthema in den Tagesthemen? Ja, keine Sorge, wir wirken niemanden, aber wir freuen uns, wenn die Sendung pünktlich anfangen kann. Ja, wir werden uns in dieser Sendung über diesen mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma beschäftigen, in Syrien. Das schlägt hohe Wellen. US-Präsident Donald Trump hat dem Assad-Regime nun mit Konsequenzen in den nächsten 48 Stunden gedroht und zur Stunde tagt ja auch der UN-Sicherheitsrat. Die aktuellen Entwicklungen bei uns in den Tages. Gleich bei Igo Zamperoni. Vielen Dank, wir machen hier schnell Schluss. Danke für eine engagierte Diskussion. Danke auch an Sie. Und Faktencheck, das eine oder andere haben wir morgen für Sie aufbereitet. Wir sehen uns wieder nächste Woche, 21 Uhr. Ihr habt jetzt noch mal. Herzlichen Dank, Herr Herrmann. Herzlichen Dank. Frau Amarli. Herzlichen Dank. Frau Zeitung. Vielen, vielen Dank. Herr Schmidt. Danke. Machen Sie es gut. Tschüss. Applaus